Natürlich soll die Veranstaltung dazu dienen, dass da viele Projekte und Ideen entstehen, wie wir aus Öl und Gas rauskommen. Die Leute sollen ins Handeln kommen, die Leute sollen unsere Förderungen nutzen. Es ist sehr viel Geld zurzeit auch da, wo man sie Projekte fördern lassen kann. Es fehlt dann oft an den ganz konkreten Ideen und Projekten und die Börse, die wir dort bieten werden, bringt die Leute glaube ich wesentliche Schritte weiter, dass sie im eigenen Bereich Projekte umsetzen können und das brauchen wir ganz dringend, weil 2040 ist nicht weit und wir haben sehr viel Öl und Gas. 2 0 1 3 5 7 8 8 8 9 9 10 10 10